An meinen Pferden schätze ich, dass jedes Pferd anders ist. Jedes ist eine eigene ständige Persönlichkeit, hat eigene Ideen, hat besondere Talente, aber letztendlich geben sie sich alle Mühe für mich. Und an meinen beiden Reitponys schätze ich, dass beide mich eigentlich zu dem gemacht haben, was ich heute bin und meine Studie Jacqueline hat mir klar gemacht, dass ich endlich mal ordentlich reiten lernen musste und hat mich quasi gezwungen ordentlicher und feiner reiten zu lernen. Es macht mir Spaß zu sehen, wie die Pferde das lernen, wie die sich weiterentwickeln und wenn sie dann eigene Ideen und Vorschläge einbringen. Und man sieht halt so an der Mimik von den Pferden, wie viel Spaß sie daran haben. Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020